hallo leute ich bin es heute werden wir ein hartes spielen und zwar mit dem geschütz und mit der eris variante level 3 aktuell weil ich mir einfach aktuell noch nicht mehr leisten kann da ich noch nicht genügend blut habe aber jetzt schauen wir mal jetzt bin ich gerade noch überlegen wie wir diese runde am besten machen das wäre jetzt ist natürlich die frage ob wir auch wieder auf verderbnis gehen oder nicht was machen wir denn was haben wir denn hier noch hermes was hat ein hermes hermes hat dass die meter hat fröste das ist schwierig gern schmerzensfluch verderbnis hat was für sich krütt auch was für sich mehr schaden so stößt gegner weg was sei denn habe ich aber auch schon und sehen habe ich schon auf got it mal random und machen fang damit an ja komm schauen wir doch mal wie das so läuft ok ich brauche nur zwei dann machen wir es so dann bin ja mal gespannt ob das jetzt der richtige weg war schauen wir mal ok ok das ist jetzt natürlich ok 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 wenn ich nichts ausgewählt habe kann es natürlich dann random sein was ich hier für was kriege oder was ich hier für eine fähigkeit kriege schauen wir mal nehmen wir sie ok so gucken was wir kriegen als erste attacke gucken was wir kriegen als erste attacke gucken was wir kriegen als erste attacke hey Spezialität Gift schon gehört dann arbeiten wir mit Gift dann arbeiten wir mit Gift dann Das war's gut. Hat schon was das Gift, muss man sagen. Geht auch, kann man machen. So. Kann ich leider aber nicht. Okay, machen wir Demeter oder machen wir das? Das soll man. Machen wir hier, schauen wir mal, was musst du als Fröstl-Attacke mit dazu kriegen. So, comrades. Okay. Geht schon, brauchen wir halt ein bisschen mehr Proordination. So viel, gell? Ja. Ja, recht gute Grundvoraussetzung. Geht mir auf meine Autorität. Das kriege ich mir leer noch. Jo. Nehmen wir das schon. Das war auch gut. Was ist in der Welt diese Zeit? Ja, das ist in der Welt. Auf zum nächsten. Mal schauen, was wir jetzt kriegen. Mach schon, was wir mal so ein bisschen random machen. Mach schon, was wir mal so ein bisschen random machen. Das ist auch nicht schlecht, gell? Das ist auch nicht schlecht, gell? Wir müssen bis zum nächsten Mal ab. So muss das sein. Guck mal, da haben wir ein ganz normales Türchen. Das ist auch wahnsinnig schön. Und hier können wir aber noch angeln. Ganz wichtig, angeln nicht vergessen. Weil wenn wir dann irgendwann mal Richtung 100% von Hades kommen möchten, ist das ein bisschen mit Aufwand verbunden. Und natürlich auch aufpassen. Aber, ich dachte schon nicht von Lilix. So. Ja, gespannt. Sputangriff brauche ich nicht. Oh je. Alle das und das 60%? Okay. Auch nicht verkehrt, gell? Wie wird das? Und wir kriegen noch ein Levelchen dazu. Ringers. Das ist das, was du kriegst. Ich habe das. Oh, je. Wer kann ich das unterbauen? Let's try it No time to lose Trotz des langsamen Bewegens kann man das schon machen Definitiv Verbesserung, weil so haben wir eigentlich überall So, 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 man Ist definitiv ein Obst. So, die Spezialität bringt Gift mit sich. So können wir uns jetzt schon was kaufen oder wollen wir hier noch ein bisschen. Mich brauche ich so nix weiter, gell? Dann machen wir das so. Spezialbeziehungsweise Gift. Da hätten wir hier noch... Athene hätten wir hier noch. Jetzt bin ich echt hier beim Boss, gell? Langsam. Okay. Hi there. We're ready, sister. Let's say we can... We're ready, sister. We're ready, sister. We're ready, sister. Warte mal. So ganz okay, die Waffe. Mit der kann man was machen. Jetzt hab ich da wieder so einen Chaosraum gehört, aber irgendwie gibt's den ja nicht, gell? Okay. So, liebe Leute, das erste Video hätten wir geschafft für heute. Dann freue ich mich auf unser nächstes Video. Ich hoffe ihr seid dabei. Schauen wir mal, bis jetzt macht die Waffe einen sehr ordentlichen Eindruck. Kann man definitiv was mit anfangen. Vielleicht schaffen wir's ja. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Neuss.